Trink den Trank? Trink den Trank? Geht ja gut los hier. Ja, ne? Du hast wirklich günstig gespeichert. Ja, bei der kurzen Pause, ne? Ne, ich hab ja grad irgendwas auf meine Tasche zulegen, als ist mein Zahnstocher heran. Äh, trinkst du mal nen Trank? Besten Dank. Nicht an dem Stein festhängen bleiben, bitte. Danke. Was ist das? Weck der Zahnstocher, du blockierst mich. Äh, ich hab noch... Fünf Weiltränke. Wie viele hast du noch? Fünf. So, bitte. Wir machen definitiv in Zwischenstopp in Wölfe. In Wölfe. Die halten den Wölfe mal an, ne? Trank trinken. Äh, keine Ladung bereit für nichts. Ja. Ja. Trink vor der Gelegenheit einmal wieder nen Trank. Äh, du musst die alleine machen. Ach die Scheiße, mein Helm ist weg. Hast du keine Tränke mehr? Nein. Nein. Eigentlich nicht. Ich hab nur noch ein, zwei. Ich steh mir nicht im Weg rum, während ich hier rocke. Ich bin schon mal bereit zu speichern. Und war ich nebenbei auf den Monstern aus. Oh Gott. Speichern. Wie viel Träger hab ich noch? Ich hab noch einen Heiltrank. Okay. Also rennen wir durch, wenn ich sage? Äh, ja, wir rennen. Wie viel trifft durch? Oh, wie wird das auch was? Du leckst leicht. Dein Charakter. Ah, jetzt gehst du da. Ja. Gott. Wo kommt Fernheim? Ich glaub, wir sind noch nicht mal da dran, oder? Äh, laufen wir überhaupt durch dich? Warte mal. Weiß... Was weiß ich? Lauf! Ich glaub andersrum. Scheiße. Ja, weil da kommen ja gleich diese komischen Türme da. Ich sehe da keine Türme. Auch, gleich kommen sie. Stimmt, wir laufen in die falsche Richtung. Hahaha. Wer fällt ein? Ja, das Problem ist, ein paar Treffer und ich bin tot. Ich will einen Haltern geben, aber ich bleib' ich grad mal lieber nicht stehen. Da, ich werfen einen Zauber auf sie. Ja, mach mal. Und nicht auf mich. So. Mehr Ladungen hab ich nicht. Ich hab'n Souvenir dabei, ein Pfeil. Gott. Das ist der Dämon höllisch hier. Also, das wäre eine Abkürzung, wenn wir jetzt hier rüber gehen. Gut, kürzen wir ab. Wir wollen nach Fernheim, ne? Nicht in den Sumpf. Jaja, ist mir schon klar. Wieso stehen wir jetzt mitten im Sumpf? Hahahaha. Ups. Hahahaha. Hahahaha. Oh, man. Oh, guck mal, ein Drache. Hahahaha. Hahahaha. Nein, hier sind keine. Hahahaha. 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 Ich hab'n noch gar keine mehr. Oh doch. Haste noch welche? Hahahaha. Das hat schon wieder geleckt. Ganz toll. Wieso stehst du da? Ach, du läufst. Warte mal. Jetzt können wir theoretisch hier abkürzen. Wir brauchen doch mit einer Abkürzung länger als ohne. Mensch, wo waren die denn so lang? Die haben eine Abkürzung genommen. Die hat nämlich länger gedauert. Oh Gott. Zum Glück treffen die nicht besser. Schauen wir mal, sind sie noch da? Oh ja, sie sind noch da. Lass mich nicht allein. Oh Gott, das hat schon wieder geladen. Ich sehe gerade keine Gegner mehr. Wo bist denn du? Rechts. Rechts. Ich finde, du hast immer rechts. Rechts. Feuer, rasten wir. Ich speichere mal noch. Da ist keiner mehr. Außer die da hinten, die auf uns zugelaufen kommen. Aber sonst ist da keiner mehr. Die sehen ja nicht. Bleibt stehen und nennt eure Namen. Bleibt stehen und nennt eure Namen. Wagt es jetzt, die Waffe gegen mich zu erheben. Nein, ich kann leider nichts weiter erhöhen. Lass uns zur Apotheke gehen und dann aufhören. Bleibt stehen und nennt euren Namen. Bleibt stehen und nennt eure Namen. Nein, tue ich nicht. Rihanna, den Waffenladen muss ich auch nochmal für einen neuen Helm kaufen und meine Rüstung mal reparieren. Bevor mir die auch noch zerfällt. Muss jetzt mal gucken, ob wir Tränke. Ja, nee. Der Waffenladen ist näher. Für Dings müssen wir nochmal laden. Und hier drin kommen ja keine gefährlichen Gegner. Tränke sind wichtig. Hier drin kommen keine gefährlichen Gegner. Tod. Außer wir gehen wieder in das Abendviertel da. Wo die ekligen armen Menschen laufen. Das war lustig. Ja, die waren so schnell tot. Da kommen sie schon. Gut, begrüß uns Komitee. Und Raffen. Die halten ja gar nichts mehr aus. Ja, tue ich nichts. Ein Anfangsgegner. Wagt es nicht, die Waffe gegen mich zu erheben? Ich muss jetzt mal Raffen finden. Hey, die lebt ja noch. Es geht weiter. Ich bin die Rattenschwänze. Wir sind, was sagt ihr? Geht weiter. Jetzt will es ja erst dann einen scheiß Apotheker gehen und nochmal laden. Die Arbeit einer Wache ist nie getan. Wo ist denn das? Das mit dem Waffen. Ja, hier hinten. Mit einem Busch. Komm mal hier hin, der Junge. Dann zeig ich es dir. Willkommen bei Argus Waffen. Ich bin Ritter. Hier bei Argus Waffen findet ihr eine vorzügliche Auswahl von Waffen und Rücken. Rüstungen. Wie kann ich euch behilflich sein? Verkauft. 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 Nein, nicht verkauft. Reparier, du Idiot. Abgemacht. Genau. Abgemacht. 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 Das Geld verkaufe ich jetzt auch. Das bringt sich immer hier. Abgemacht. 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 Ich habe auch einen Heiltrank. So, neue Rüstung. Mein Helm wollte ich hier kaufen. Helm. Verkauft. Schön mit euch geschehen. Hoffentlich beehrt ihr mich bald wieder. Ich habe Stärke 18. Seid erneut willkommen bei Argus Waffen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ne, wir müssen nochmal zurücklaufen. Wir müssen mal neue Rüstung kaufen. Schön mit euch geschehen. Hoffentlich beehrt ihr mich bald wieder. Ich habe Stärke 18. Seid erneut willkommen bei Argus Waffen. Hier bei Wie kann ich euch behilflich sein? Stärke 18. 24. 24, kann ich mir das jetzt später kaufen? Also brauche ich mir das später kaufen, meine ich. Kann ich nicht weiter. 12, ne. 20. Ne, ich brauche jetzt 25, damit es irgendwann ist. Ich muss nochmal ins Haus des Drachen. Schön mit euch geschäfte zu machen. Da muss ich das Ei abgeben. Ich könnte mir diese Fledermausflügelzeug verkaufen. Oder meinst du, ich brauche diese scheiß Inkredenzien irgendwann nochmal? Möglicherweise. Also wenn du mischen möchtest. Ich weiß nicht, ich benutze mal nur diese normale Magie. Wenn du keine Reh-Magie benutzen möchtest, dann kannst du sie verkaufen. Keine Ahnung. Und da brauchst du erstmal das Rezept dafür. Ich gehalt es erstmal noch. Ich könnte dir auch meine 45 Wolfsfäle verkaufen, ne? Oder meine 152 Rattenschwänze. Das habe ich schon alles verkauft. Warum? Nur weil ich Geld brauchte. Was haben wir denn noch viel getötet? Ne, sonst ist er ja nichts mehr. Oh, Schlangenhaut. Aber noch 66. Knochenmehl. Da haben wir das gar nichts. Blutnektar. Dietriche. Habe ich welche dabei im Wert von 2450 Gold? Können nicht alle verkaufen, ne? Abgemacht. Da hat nur die Meister Dietriche. Schön, mit euch geschäft. Hoffentlich beehrt ihr mich bald wieder. Gehen wir weiter? Gehen wir weiter, ja? Gut. Weiter geht's. Verdammt, ich habe ein Stück meine Rüstung verloren. Rack. Die Arbeit einer Wache ist nie getan. Ich bin noch ein paar Reppenschwänze. Super, den machen sie jetzt bei mir kaum noch Schaden. Das ist aber immer noch weg, Scheid. Alles töten. Es ist gefährlich, was sagt ihr? Geht weiter. Bla, bla, bla. Bist du schon weiter gelaufen? Ja. Hä? Bist du noch gar nicht im Tor? Bist du? Ich bin im Haus des Drachen. Achso. Das ist auch hier. Ich kann nur mal schauen, was die Anna sagt jetzt, wo ich in der Schwesternschaft bin. Seid mir gegrüßt und willkommen in der Schwesternschaft zum Fernsehen. Ihr müsst euch mit Schwester Daira treffen. Nur sie kann euch in die Schrift euch zuerst mit Lorea. Lorea lebt im Kloster. Sie sagt nur das Ende. Egal. Ich behalte das Ei erstmal noch. Warum? Vielleicht brauche ich es noch. Also, er will es ja nicht nehmen. Ja. Mach mir ein schönes Omelette draus. Ich warte dann einfach mal auf dich. Ja. Ich komme ja schon mal wieder. Verschwindet. Hä? Verschwindet? Wagt es nicht, die Waffe gegen mich zu erheben? Wagt es nicht, die Waffe gegen mich zu erheben? Wagt es nicht, die Waffe gegen mich zu erheben? Wagt es nicht, die Waffe gegen mich zu erheben? Ich hasse es, dass Rüstung kaputt geht. Ja, und der vor allem verschwindet, ne? Ja. Wenn es nicht verschwinden würde, wird es ja auch. Man kriegt doch nicht mal eine Anzeige, dass man weiß, ah, jetzt soll ich vielleicht mal meine Rüstung ausziehen. Ja, das stimmt. Ja, Fledermäuse, da halte ich mich raus. Fledermäuse sind böse. Die wollen die Bienen. Oh, ja. Willkommen in der Apotheke. Ich bin Chana. Wie kann ich euch helfen, Schwester? Eine Walküre hat folgende Voraussetzungen. Attribute. Ihr erfüllt die Voraussetzungen. Eine Wandlerin. Attribute. Ihr erfüllt die Voraussetzungen nicht. Ja, die Kräuter und Pulver haben spezielle magische Eigenschaften. Ihr kennt sie vielleicht unter dem Namen Höllenkatals. Aber ich halte sie nur auf... Wenn ihr dennoch mehr über die Höllenkatals erfahren wollt, meine Schwester, so reist nach Skuldon und sucht den Schamanen Ferus Duhl. Er weiß alles über sie und kann euch weiterhelfen. Da ihr offenbar sehr an den Höllenkatals interessiert seid, will ich sie euch zeigen. Ich habe keine Rezepte und sie sind nur hilfreich, wenn sie mit Bedacht angemischt werden. Wenn ihr dennoch mehr über die Höllenkatals erfahren wollt, meine Schwester, so reist nach Skuldon und sucht den Schamanen Ferus Duhl. Hey, was kannst du denn so viel? Heiltränke. Die Tränke und Elixiere sind vor allem für jene überlebenswichtig, die gegen die feindliche Kriegsmaschinerie kämpfen, denn sie benötigen am dringendsten Heilung. Wer ohne sie unterwegs ist, ist wirklich arm dran. Eine Wandlerin hat folgende Voraussetzungen. Attribute. Stärke 20. Intellekt 30. Geschicklichkeit 20. Gewandtheit 20. Gesundheit 20. Und Ehre 20. Fertigkeiten. Arkanemagie 3. Höllenmagie 3. Celestische Magie 3. Und Runenmagie 3. Ihr erfüllt die Voraussetzungen nicht. Erledigt. 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 Hey, hör auf. Ich verkaufe hier. Oh, die Fresse. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Wir haben es ja nicht eilig. Ich habe zweimal denselben Brief. Ist doch schön. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Leichenhaar. Leichenhaar. Toll. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Oh, Skorpionstachel. Oh Gott. Was ist denn alles für einen Schrott finde? Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Nein, 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 nein. Oh Gott. Auch 14. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Hm, hm, hm. Hm, hm. Ja, ja, ja. Die verkaufe ich auch mal. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr zumal... Gute Reiseschwester. Die Tränke habe ich jetzt. Oh, ich habe 121. 21 Ich wollte bloß 111 kaufen So viele Da noch rum Rattenschwänze Toll Ich glaube es reicht für heute Ich brauche 12.000 um das zu steigern Oh Gott Ich brauche jede Magieart auf 3 Ich wollte doch kaufen Scheiße Ich habe kein Schild Ich block alles mit meiner Hand Ach Ratten Ja Wir geben so viel Erfahrungspunkte 41 Ja doch Muss man sagen Das ist beeindruckend Oh Gott Speichern wir im Kloster Gutes Argument Gucken wir vorher nicht nochmal Gegner Doch Dreh der Mäuse Mit Flammen und Feuerball Ich bin recht gut platt Ey passt immer da Ach dann eben ich Die eine darf weiterlebt Darf sie vermehren und so Willkommen in unserem Tempelschwester Die Celestine muss euch sofort Verkaufen wir nochmal was Ich referiere meinen Helden Ich referiere meinen Helden Bohari Ich bin ja der Maschel kaputt Das sind immer feierlich Hast du jetzt irgendwas gemacht? Verkaufen Ich habe euch erwartet Unter kann ich rein? Ja 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 Sie hat uns erwartet wie immer Oh Ich könnte meine Reaktion steigern Ne Lass mal gut sein Ich brauche noch 6 Ehre Und 7 Stärke Unter anderem Einen Ausdauer 3 Ehre Und dann kommen die ganzen Spezialisierungen dran Ja Genau Nicht mehr heute Speichern So speichere ich auf den ersten Fertig Gut Ich sag dann mal auf Wiedersehen Achso Das ist ja auch noch Der Dreck Einen Zauber Und diesen Und diesen Überhaupt keinen Schaden machen Einfach mal gnadenlos auf mich fliegen Scheiße Ja Tränen Ja Oh Mann Lalalalalala Wart mal kurz Wart mal kurz Ach Mann Ich block dich Ich block dich doch mit meinem Arm Du hast keine Chance Ich hab mehr Tränke als du Ich hab mehr Tränke als du Die Celestine möchte euch sofort sprechen Trägt mir ein paar Luck, luck, luck Ja Wir sind da Wir sind auch Okay Ich denke das reicht jetzt Ich bin aus dem Fenster Geht nicht Es ist auch Es ist kein Fenster Das ist bloß aufgemalt an die Wand Sag ich doch Es ist bloß aufgemalt Ah Du bist echt nicer Kerl Oh Weiß ich doch Oh Gott So Ich sag jetzt auf Wiedersehen Jo Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Und